guten morgen wünsche ich euch schauen es ist wirklich ein wichtiges thema der richtige moment wie oft hast du dir schon etwas nicht erlaubt wie oft hast du dinge nicht getan die du eigentlich gerne hättest tun wollen bloß weil der richtige moment nicht da war es ist jetzt nicht der richtige moment da ich muss jetzt warten und dann kommen 100.000 100.000 gründe warum es nicht der richtige moment ist das sind schon so einige ein spult wenn wir wenn wir irgendein bedürfnis wenn wunsch da ist wenn etwas wach wird sozusagen dass wir irgendwas neues machen wollen dass wir was verändern wollen oder dass wir den nächsten schritt tun wollen dann kommt oft in unserem gehirn ist jetzt der richtige moment dafür ist jetzt der richtige moment und warum jetzt nicht der richtige moment ist unser hirn weiß immer ganz ganz genau warum nicht der richtige moment ist und was weiß schon unser gehirn über den richtigen moment unser gehirn weiß nur was in der vergangenheit war nimmt das ganze alle informationen schüttelt sie einmal durch und macht eine wahrscheinlichkeitsrechnung in die zukunft und dann erkennt es ist nicht der richtige moment nein 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 jetzt ist nicht der richtige moment und das lustige daran ist dass das gehirn immer so denkt ja das gehirn denkt immer so der körper der fühlt dann das was das gehirn denkt und zwar nein nicht der richtige moment ich muss noch warten wenn du dann ehrlich mit dir bist und sagst ja worauf warte ich denn eigentlich noch dann kommen da argumente bist du mehr zeit hast bist du mehr geld hast bist du xy gelöst hast bist du dich so und so fühlst bist du dich bereit fühlst ja und das ist genau das geilste an der ganzen geschichte wann fühlst du dich bereit ja wann wann hast du ein gutes gefühl wenn du die richtigen gedanken dazu gewählt hast vorher solange du deinen alten überzeugungen glaubst deine alten überlegungen die dein dein kopf dein logischer verstand sowieso immer mischt solange du da nichts änderst wird dein logischer verstand immer wieder die gleichen rückschlüsse ziehen dass es eben nicht der richtige moment ist also musst du dort anfangen was zu verändern wo du es wirklich verändern kannst und zwar bei deinen überzeugungen das was du glaubst was wahr ist ist wahr ende und alles was wahr ist ergibt nachher den rückschluss ja es ist der richtige moment nein es ist nicht der richtige moment aber wenn du nicht anders diese logische kette über das was alles war für dich ist dann kommst du immer zum gleichen ergebnis jetzt nicht der richtige moment ja manchmal manchmal übernimmt das das göttliche oder schicksal dann doch die führung du wirst schwanger zum beispiel weil es auch nicht der obwohl es nicht der richtige moment war oder irgendwelche andere dinge passieren in deinem leben wo du keine wahl mehr hast den nächsten schritt zu tun wo du quasi gezwungen wirst den richtigen moment einfach anzunehmen weil es für dich entschieden worden ist und das ist ja oft halt nicht so angenehm wenn man da so überholpert und überrumpelt wird und vor huu andrea vor vor vollendete tatsachen gestellt wird ja dieses gefühl das kennen wir ganz gut wie ist es wenn wir vor vollendete tatsachen gestellt werden so ist es halt ja und um das zu vermeiden und tatsächlich deinen wünschen und zielen und träumen wirklich platz zu lassen bleibt dir nichts anderes übrig als zu schauen auf welcher basis du entscheidungen triffst was sind deine überzeugungen wie müssen dinge sein was sind deine bedingungen damit es für dich den richtigen moment ergibt und das ist mühsam das ist super super mühsam der richtige moment ist dann wenn es sich für dich nicht richtig anfühlt der richtige moment ist dann wenn du so ein halbes gefühl hast von nein 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 hilfe schlimm unbekannt angst und doch ja ich spüre das ist die richtung in die ich gehen will da da so so will ich so will ich weiterleben solche mit solchen erfahrungen will ich weiterleben mit solchen eindrücken will ich weiterleben das führt mich zu meinem gewohnt gewünschten lebensstil das spürst du ganz klar in dir und dann wird dein verstand wird dir immer wieder tausend gute gründe geben warum es nicht der richtige moment ist jetzt in das leben einzutreten jetzt die dinge zu tun die du gerne tun willst von seit langem und die du dir seit langem ausgeredet hast weil ja nicht der richtige moment da war und ich möchte dich beflügeln einmal genauer hinzuschauen was die dinge sind die du wirklich tun möchtest in diesem erden leben in diesem einen erden leben von dem jetzt gerade mal weißt dass deine füße hier auf der erde stehen und dass dein dass dein körper eine verkörperung erlebt hat stell dir doch mal die frage was willst du denn mit diesem leben anfangen was willst du denn alles erleben was willst du alles erfahren und zwar bewusst du machst deine erfahrungen auch unbewusst du bist nie gefeilt von erfahrungen und du bist auch nie gefeilt von erlebnissen du bist hier um erfahrungen zu machen und erlebnisse zu haben und das hast du die ganze zeit jetzt geht es nur daran möchtest du der entscheidungen treffen was du jetzt erfährst was du erleben darfst möchtest du für dich entscheiden oder lässt du einfach mal so die energie entscheiden die gerade mal so im kollektiven ist ja dann erfährst du halt das was das kollektive gerade erfährt vielleicht angst krank zu werden angst deine freiheit zu verlieren alles mögliche ja was das kollektiv gerade erfährt aber du kannst entscheiden für dich selber zu andere erfahrungen und erlebnisse jetzt ab jetzt in diesem moment in dein in deinem leben haben möchtest und das entscheidest du das darfst du entscheiden jeden einzelnen moment für jeden einzelnen bereich deines lebens sei es die familie sei es dein business sei es deine arbeit sei es deine beziehung sei es dein körper sei es deine sportlichen aktivitäten es ist völlig egal aber du hast das recht du hast die möglichkeit du hast die macht und du hast die kraft unabhängig von irgendetwas irgendjemand anderen zu entscheiden welche erfahrung du jetzt machen möchtest du entscheidest aber das kannst du nur wenn du dich energetisch komplett löst von dem was drumherum ist von dem was dir irgendwo ein gefühl gibt das sagt nein du kannst es nicht und da herauszutreten und da den ersten schritt zu tun für dich in deine richtung fühlt sich meistens falsch an das kann ich dir versprechen es ist meistens oh ich bin nicht bereit oh es ist nicht der richtige moment und wenn du dich so fühlst wenn du eine entscheidung triffst das ist wie wenn du ins wasser springst ja du triffst die entscheidung ich springe jetzt ins wasser weil wenn ich da unten in dem wasser angekommen bin dann habe ich einen riesen spaß eine riesen freude darin rum zu planschen und der moment wo du abspringst vor dem hast du riesengroße angst und wenn du dich vor an diesem moment festhältst von an diesem absprung moment dann wirst du nicht springen weil das ist der moment der der schiss macht das ist der moment wo du angst davor hast wenn du aber jetzt diesen moment des springens überspringst und dich schon in das wasser begibst indem du wohlig planscht und indem du dich gut fühlst und erfrischt fühlst und und lebendig fühlst wenn du dich nur auf diesen moment fokussierst und den moment des absprungs vergisst dann wird dieser moment des absprungs von dir sowas von easy überwunden werden weil du ja schon im ende bist im gefühl dort wo du hin möchtest neville goddard sagt dazu living in the end und don't worry about the middle ja also mach dir keine gedanken wie das schritt für schritt dort hingehen muss wenn du wieder diesen absprung nimmst ja du du denkst nicht drüber nach ich mache den einen schritt wie fühlt sich der an ich mache den zweiten schritt wie fühlt sich der an wie ist es denn wenn ich dann abspringe da gehst du gar nicht hin das interessiert dich nicht weil letztendlich was dich wirklich interessiert ist wenn du abgesprungen bist und wie schön es ist wenn du in diesem wasser planscht und 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 dich gut und erfrischt und lebendig fühlst ja das ist der große große punkt den du dir bewusst machen darfst wo und warum will ich dorthin warum will ich im wasser planschen was ist so schön daran in diesem frischen wasser dieses erfrischte körpergefühl zu haben das möchtest du ja das ist das was du möchtest und du verwehrst es dir weil es nicht der richtige moment ist den einen schritt zu tun den anderen schritt und so weiter und so fort aber wenn du dieses mittelding rausnimmst und einfach schon dort lebst wo du sein möchtest dann ist immer der richtige moment weil dann organisiert sich das zwischendrin von selber aber es ist die einzige lösung wie du dorthin kommst wo du sein möchtest du kommst anders nicht vorwärts weil es wird der jeder schritt jeder einzelne schritt wird es so schwer fallen wenn du jeden einzelnen schritt analysiert und wissen willst wie du denn zu tun hast dieses tiefe tiefe urvertrauen dass das leben so funktioniert das haben wir verloren das haben wir vergessen die kleinen kinder wissen das alle noch hallo ja die kleinen kinder wissen das alle noch die denken nicht drüber nach ja schon mal ein kleines kindern wenn es laufen lernt das schaut nicht auf seine füße das schaut nicht drauf das schaut genau da drauf wo es hinlaufen will und wenn du einem kleinen kind beim laufen lernen hilflich bist dann machst du auch komm zu mir komm zu mir und sagst nicht schau auf deine füße kleines kind schau auf den einen schritt und auf den anderen schritt konzentrier dich auf die füße nein das machst du nicht du sagst schau mal hier ist die mama schau mal hier ist der papa komm 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 ja und so ist das leben mit dir so sind deine wünsche und so sind deine träume mit dir die sind da und sagen hey komm hier ist alles hier du musst nur kommen und du bist dabei zu evaluieren was für einen schritt nach dem anderen du zu tun hast und dabei ruft das leben komm 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 lauf lauf spring 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 alles ist gut hier sind all die sachen die du haben möchtest hier ist alle sind alle gefühle emotionen erlebnisse in dieser art und weise wie du es gerne haben möchtest fühlt sich super cool an komm 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 und das ist so wichtig dass du dir das bewusst machst und gerade jetzt in dieser zeit wo du vielleicht viel zeit hast auf deine füße zu schauen und zu schauen wo welchen schritt zu tun sollst hör auf auf deine füße zu schauen und schaue dorthin wo du sein möchtest schaue ohne einschränkungen auf das was dein herz begehrt was 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 du schon immer mal wolltest und erlaube dir genau jetzt dorthin zu schauen so dass du jeden schritt von selber gemacht kriegst es würde mich so so freuen wenn ich dir jetzt helfen könnte vielleicht eine andere perspektive und eine andere wertschätzung auch für die wünsche und träume anzunehmen weil oft finden wir unsere wünsche und unsere träume blöd weil wir weil wir nicht wissen wie wir dorthin kommen sollen oder weil wir nicht wissen wie wir sie uns verwirklichen können und deswegen sind wir auch oft unglücklich und fühlen uns oft als ausgeliefert opfer oder im mangel weil wir immer nur auf die füße schauen und auf die einzelnen schritte und nie dahin wo wir gerne sein möchten und es ist schwierig sich alleine zu trauen zu springen such dir jemanden such dir eine gruppe such dir ein umfeld wo es ganz normale ist dass man nicht auf seine füße schaut sondern dass man einen wunsch nach dem anderen sich erfüllt dass man ein bedürfnis ein herzens wunsch nach dem anderen anvisiert und sagt ja das will ich ja das will ich ja das will ich ja das will es und nicht ich will das aber da muss ich auf das verzichten und wenn ich das habe dann kann ich das nicht haben nein es ist nicht so das universum funktioniert nicht so deine aufmerksamkeit deine entscheidung das will ich das will ich das will ich das will ich du musst nicht sagen das will ich und dafür kann ich das nicht nein 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 so ist es einfach nicht das sind fehlinformationen das sind falsche überzeugungen dass du glaubst du müsstest auf irgendetwas verzichten um das nächst bessere zu bekommen so ist es nicht erlaube dir deine wünsche deine großen 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 wünsche endlich mal anzuschauen und zu sagen wie ist es wenn ich dort bin in diesen situationen wie ist es wenn ich so lebe wie ist es wenn es mein lifestyle ist und erlaube dir mehr und mehr das feld zu öffnen der der unbeschränkten möglichkeiten und erlaube dir mehr und mehr dich da rein zu fühlen und einfach dich anziehen zu lassen von deinen wünschen und von deinen träumen und gerade jetzt ist es einfach die richtige zeit und ich habe paar sachen wo ich dir helfen kann einerseits läuft jetzt gerade der online kongress heilung in der neuen zeit und heilung im ganz großen sinne eben heilung von falschen vorstellungen von falschen überzeugungen die sich zum teil eben auch im körper manifestiert haben und da kannst du ganz viele verschiedene ansätze finden von 15 wunderbaren speakern heilern coaches die ihre vorträge dort halten heute abend zum beispiel haben wir das wenn ja bergmann die hilft ihre heilmethode ist mit hilfe der pferde mit der energie der pferde es ist ganz ganz wunderschön wie sie da herangeht und den menschen hilft eben genau diese blockaden und genau das was in dem weg steht vor gesundheit wünsche und träume zu transformieren mit hilfe der pferde kann ich dir nur von herzen an empfehlen diesen diesen vortrag anzuschauen heute abend um sieben im rahmen des kongresses macht sie auch noch einen workshop wo sie in den stall geht oder auf die weide mit den pferden mit den workshop teilnehmern und gerade arbeitet also wir haben zehn wunderbare workshops auch noch in dem kongress und zwar nicht nur vorträge die du dir online anhörst sondern auch wo du live online live dabei sein kannst und nachher die aufzeichnung anhörst und eben auch workshops in denen du live dabei sein kannst schau unbedingt die kongress pakete an auf meiner homepage siehst du oben ist verlinkt in meinem profil auch hier oder unten bei youtube sind alle angaben da von mywealthhealing.com und dann kommst du zur kongressheilung in der neuen zeit kannst du dir das package noch kaufen du hast lebenslangen zugriff auf alle ressourcen auf alle videos auf alle workshops wird dir nach dem live event wird es dir sofort zugeschickt es lohnt sich auf jeden fall es drei wochen programm für dich ab gestern seit gestern weiterhin ist noch für dich möglich bei mir ins programm divine money einzusteigen wir sind gerade auf dem thema beim thema selbstliebe das ist eben auch so so wichtig das thema selbstliebe weil die selbstliebe und die selbstakzeptanz ist das allerwichtigste dass du für dich in deine ziele wünsche und träume einsteigen kannst ja ich hoffe ich konnte dich inspirieren es ist jetzt die zeit tatsächlich dass du jetzt 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 und nicht nächste woche oder wenn corona vorbei ist oder weiß der geier was deine wünsche und träume anvisierst sondern jetzt ist der richtige moment weil es gibt sowieso nur jetzt ja es gibt gar keine anderen momente wie jetzt also darfst du jetzt entscheiden dass du jetzt für dich und für deine wünsche und träume und für deinen lebensstil gehst und zwar ohne einschränkungen und ohne bedingungen gerne begleite ich dich auf diesem weg ich weiß es ist manchmal super super harzig weil man sich halt mit diesen alten gedanken vorgängen immer wieder im weg steht alles darf neu werden du darfst neu werden jeden moment auf alles neu werden und unsere welt ist sowas von unterwegs neu zu werden und sie wird nur neu wenn jeder einzelne von uns sich die erlaubnis gibt neu zu werden in diesem sinne wünsche ich dir einen wunderschönen tag bis dann ciao